hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge der lego star wars das ist die skywalker saga und beim letzten mal haben wir eine neue hoffnung abgeschlossen und deshalb sind wir jetzt beim imperium schlägt zurück episode 5 wir fangen wahrscheinlich mit der schlacht von hoth gleich an die war schon ziemlich ziemlich geil muss ich sagen das war schon das war schon ziemlich cool gemacht diese schlacht so Ah ja, stimmt die Sache mit den Raumsonden. Die hatte ich gar nicht mehr so auf den Zettel. Lieferservice. Ja, ich bin mir sicher. Er ist sehr besorgt bei dem Verbleib von Master Luke. Genau, wir müssen Käpt'n Solo finden und ihm sagen, dass Master Luke noch nicht zurück ist. Deshalb immer wenn man an Stromkabeln arbeitet, lieber den Strom abstellen vorher. Wenn Käpt'n Solo nicht im Hangar ist, muss er sich in der Kommandozentrale befinden. Okay. Folge mir. Oh, wie cool. Ah, er ist mit dir. Wenn ihr einen Schatz verstecken wolltet, dann doch sicher irgendwo hier, oder? Ich bin überzeugt, dass es in der Basis einige Geheimgänge gibt. Ich habe eine Wand entdeckt, die einfach nicht richtig passt. Mhm. Okay. Oh, das ist schon cool irgendwie. So, schauen wir uns den Sprech hier doch mal an. An. Komm. Sag nicht, du kommst da nicht hoch, R2. Oh, man, oh. Ich möchte da aber ganz gerne hoch. Oh, fuck. Da komm ich nicht hoch. Gut. Okay, okay, okay. Hier irgendwas? Nope, hier ist mir eine Sackgasse. Der ist schon wieder der Maustruide mit dem. What the fuck? Was macht der denn schon wieder hier? Oh, hi. Oh, Meno. Kann ich jetzt nur zusehen, oder? Kann ich da auch was machen? Wie bitte? Ich weiß genau, wo die Kommandozentrale ist. Ich mache nur einen kleinen Umweg. Okay. Shit, ich glaube, da komme ich nicht weiter. Oh, Meno. Das finde ich jetzt, das fände ich jetzt wirklich gemein. Da wollte ich eigentlich ganz gerne rein. Ah. Okay, da. Okay, gut. Ich kann sogar. Hi. Ja, sorry. Geht doch, Deckenversteck. Aber das ärgert mich jetzt insofern natürlich ein bisschen, weil das bedeutet, dass ich theoretisch wieder zurücklaufen kann und mir das andere Ding dort noch holen kann. Hm. Na gut. Mach ich dann natürlich auch noch. Oh. Oh. Da oben möchte ich natürlich ganz gerne ran. Die Frage ist, wie komme ich da am besten ran? Das hier ist nochmal wieder was eigenes. Mhm. Äh, ja. Ich erstmal hier den hier holen. Bevor ich da dann wie komme ich da jetzt vernünftig hoch? Hier müsste ich ja ganz schön hoch stapeln dafür. Hm. 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 Okay, dafür müsste ich auch hoch stapeln. Egal. Komm. Ich ignoriere das jetzt mal. Oder? Äh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... oh fuck. Egal. Gut, dann... Hm. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier erstmal kurz noch. Ah, hier sind schonmal Kisten. Einmal wieder ausschneiden, damit die Wand aufgeht. Hey, sorry. Ich wollte nicht dich, ich wollte Reicht das potenziell sogar schon? Ja, reicht schon. Kühle Kammer. Okay. Da ist noch einer. Aber ich bin da hier die ganze Zeit als der Raider durch die Gegend laufen und es ist im Grunde allen egal. So, dann mach ich den hier noch mal. Hm. Halt, hier noch irgendwas? Hier habe ich halt auch wieder die Dinger. Ah. Gut. Damit habe ich den hier noch. Okay, hi. Okay. Gut, dann mach ich mal Kälberstein, Schüssel im Schnee, Gut, hi. Gut, schuss. Hm. Irgendwie lief das nicht so optimal. Achtet darauf, die Spiele zu treffen und nicht, naja, besser die Luft zu treffen. Ja, geschafft. Klasse. So, gut, damit habe ich das. Ich hoffe, es ist wichtig, Chewie und ich hauen nämlich bald von hier ab. Hm. Okay, da... Ja, das war ja sehr gut versteckt hier. Kaltes Kraftfeld war ja sehr viel hier zu finden. Warte mal, aber finde ich... Ich denke, wenn ich die Mission hier durch habe, die nächste, dann könnte ich mir... ähm, den nächsten Sky Booster leisten. Das wäre doch ganz gut. Tatsächlich. Hm. Ich habe da... Ne, ich habe keinen von denen. Und ich habe keine Lust dafür dann quasi extra einen rauszusuchen. Es ist immer noch ein bisschen so... Wie komme ich da vernünftig oben ran? Natürlich kann ich wahrscheinlich hier irgendwie... Turm bauen, indem ich einfach die Dinger zusammensitze, aber... Ah, hm. Ob das gerade so sozusagen sinnvoll ist, hm. Ähm, dün-dün-dün... Andere nicht. Schrott. Okay, Tastenräuber ist ein Charakter, den kann ich kaufen. Mache ich dann einfach mal. Wieso nicht? Finde ich irgendwie gerade lustig. Okay. Hä? Okay. Hä? Okay. Muss ich dafür irgendwas Bestimmtes machen? Ich weiß das gar nicht. Ich bin gerade etwas irritiert, weshalb ich kurz mal... Hallo? Kann ich mal... Schrottsammler. Wirkzeuge aus dem Bauernmenü des Schrottsammlers können in neuen Farben gebaut werden. Bauernwechsel erneut um... Mhm. Geschwindigkeit des Gleiters... Exkursionsleiters und Schaden werden ein wenig vergrößert. Schmetterblasters, mhm. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich denke eher nicht. Hä? Wie komm ich da... Hä? Sorry. Ich kapier's halt nicht, ich kapier nicht, was ich da machen muss. Das ist so das Problem dabei. Ich muss doch nicht da einfach nur drauf schießen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab keine Ahnung. Okay. Okay. Okay, dadurch, dass ich keine Ahnung habe. Ich nur riech das mal. Hm. Komm ich da von der anderen Seite ran? Das möchte ich jetzt halt nochmal schauen. Oh Mann. Irgendwie... Irgendwie fällt mir grad so auf, dass das bisher nicht so... sozusagen mega sinnvoll war. Wir Musik Hey, komm, das ist doch nicht Geht doch Eiswein-Klitter Wo wir hier ne Eiswand Hätte ich ja irgendwo anders hochgekommen Egal Oh, da ist der wieder Hm Ja, da ist der Taskenräuber Hm Okay Dann halt so Zimmer mit Auspuff Nicht Zimmer mit Aussicht, sondern mit Auspuff Auch Naja Sehr speziell Naja, zwar Ich brauchte hier mal kurz Was Also gerade ist hier Okay Okay Versuch nochmal No 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 Ich weiß halt nicht. Hä? Ich hab halt echt keine Ahnung. Ich versuch mal mit einem anderen. Vielleicht. Nö. Keine Ahnung. Ich komm da nicht durch. Gut. Ähm. Wenn das so ist. Dann würd ich sagen. Starte ich einfach mal gleich die Mission. Weil. Es bringt ja nichts wenn ich da nicht. Wenn ich da nicht weiterkomme. Und zumindest hab ich grad keine Ahnung wie ich da weiterkommen sollte. Daher. Weiß ich nicht. Okay ich hab sie jetzt rechts im Stück. Hm 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 hm. Hier noch. Okay, keine Ahnung, wenn ich mich da ansprechen sollte. Ja, Level starten. Gut, aber bevor ich das dann jetzt mache... Gut, dann aber vorher setze ich ja gleich noch. Oh, die Tontons sind süß. Also wenn ich einen Arm verliere, sind sie schuld. Gut, ich setze hier dann mal Cut. So, natürlich geht es sofort weiter. Dann einmal... Hi. Schauen wir uns doch mal um, also. Na, danke sehr. Da komme ich nicht rauf. Dann versuche ich halt erstmal die... Und dort komme ich nicht rein. Äh... So, damit habe ich sogar einen von den Dingern. Und... Geschafft. Okay. Okay. Ich hatte das Gefühl, dass das schon so sein sollte, wie ich es da gerade gemacht habe. Ist das richtig, weil ich den da hingestellt habe? Hm, die Frage ist nur... Okay, das Ding kann ich zusammenbauen. Soll ich das auch tun? So, halt. Okay, damit habe ich dort jetzt eine Leiter. Und ziehe ich hier einmal den. Damit ist der dann so. Dann kann ich die Leiter hochgehen. Und komme dann da rüber. Hey, komm du Arschgeil, du stehst im Weg. Ihr seid brave Tauntauns. Ihr folgt mir. Egal wohin. Adorable. Na toll. Na toll, was für ein Arschloch. Das gehört hier nicht. Jetzt sei schön brav und gib's wieder her. Komm. Hm. Er hat ein Schild. Ist ja blöd. Gut, dann werde ich erstmal anders gehen, wenn der ein Schild hat. Okay, das... Ich denke nichts. Hm. Äh, ja. Was kann ich? Ich versuch's mal mit dem Magnet. Witzig. Ja, mach ich aber gleich. Ich mach aber erstmal lieber das hier. Ich will ein Gentleman sein und sie diesen hier besteigen lassen. Hm. Ist ja ganz fein. Ja. Ich werde das hier drin geben. Ja. Ich werde das hier drin. Ich werde das hier drin geben. Ach glaube ich. Ich werde das hier drin geben. Ah, aber ich habe schon wenigstens Gut, damit habe ich den da einmal Da hinten ist noch einer und dort sind noch Ah, da ist mein Freund, halt Das finde ich irgendwie knuffig gemacht, diese Mission gerade Ah, fuck you Hey, mich gibt es auch noch, schon vergessen? Danke, Reekon, warme Grüße aus der Basis Vielen Dank auch, Prinzessin Oha, da hat sie Ihnen wohl die kalte Schulter gezeigt Ah, machen Sie mal halblang Sind Sie General oder Komiker? Naja, je nachdem Hier kann ich rüber Was ist denn das? Ups Da wurde wohl was abgeschossen Aha, das ist Dafür dahin Hier noch was Okay, das bringt nichts Irgendwie weiß ich nicht mehr, was Ratare sind, aber egal Ah Komm, ein bisschen Cash sammeln So Damit dürfte ich dann Hmm Hmm Okay, gut, dann bringt das nichts Hätte sein können, dass das vielleicht was bringt Damit komme ich da dann hoch Aber ich möchte erst mal Erstmal hier noch schauen Was gibt es hier? Okay, ähm Hm Okay Ich ziehe mal am Hebel, mal sehen was dann passiert Gut, habe ich mir doch irgendwie gedacht, dass der Wenigstens sind diese Glück und haben Und haben sich gedacht, hinten So, jetzt vielleicht So, und du Jetzt finde ich irgendwie lustiges Puzzle Gefällt mir Und erwischt, damit habe ich das nächste Minikit So, zwei Stück jetzt schon Aber ja, ähm Ich sollte ja eigentlich mal hier Den hier machen Bevor ich Bevor ich dort unten weitergehe Ups Da wäre ich beinahe abgenippelt Also irgendwie so viel Cash hat mir das hier bisher noch nicht gegeben Muss ich sagen Da bin ich noch etwas unterwältigt Aktuell 4,5,5 schon mal Sehr gut Hop Äh, klingt ja mal sehr schön Klingt ja sehr stabil gebaut hier Was ist das? Ein Bomber Und der Grund für unsere Eile Gut, dann weiter zum letzten Luke ist immer noch irgendwo da draußen Okay, das War jetzt auch ein bisschen länger Da habe ich schon Okay, hier ist noch was Und da ist noch was Da bewegt sich auch die ganze Zeit Der Minikit Ich habe jetzt keine Zeit Um mit dir das Abendbrot zu planen Hier draußen ist es eiskalt Hey, wir können nicht alle Einen dicken Pelz haben, weißt du Hast du die Arbeit am Falken ab Er hatte einfach aufgehängt Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es gerade nicht Verdammt Ich gehe mal hier Das hier ein bisschen Anschauen Ich glaube ich habe ihn getroffen Weil Ich glaube der Minikit bewegt Das Minikit bewegt sich nicht mehr Daddy das Minikit Okay, da komme ich vielleicht Gleich erst rein Kann ich mir vorstellen Hier ist schon mal ein Minikit Damit bin ich jetzt schon bei 3 Zielgeschichte Zielgeschichte Da komme ich auch gerade schwer rüber So Damit bin ich jetzt auch schon bei 2 In Gang setzen Siegeschichte könnten hilfreich sein Es wird schon wärmer Naja Mehr oder weniger Ich bin jetzt schon bei 3 Nein, 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 nein Gleich, gleich, gleich Ich möchte vorher aber Das ist ja das eine, das ist schön und gut. Aber hier ist ja auch noch das andere. Und damit bin ich jetzt bei 4 von 5. Sehr schön. Oh, mein Spinsen klingelt. Wir müssen da rauf gelangen, um ihn neu zu kalibrieren. Ja, nicht jetzt. Hi. Jo, damit habe ich alle 5. Sehr schön. Aber ich würde gerne ein bisschen mehr... Ich bin mir nicht sicher, wie viel... Wie viel ich hier noch bekomme, daher... Also, beziehungsweise wie lange diese Mission hier noch geht. Deshalb ich versuche jetzt noch das mitzunehmen. Ja, dann sollte das jetzt aber auch reichen, denke ich. Jo. Sehr schön. Hm, wahrer Jedi. Aber ich denke, ich sitze hier... Ich beende hier dann mal diese Folge. Wir machen dann nächste Folge weiter. Und dann kommt wahrscheinlich auch die Schlacht von Hoth. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.